Der Hahn kräht nicht. Er hat nicht gewollt. Oh, er schneit sogar. Ha, schön. Ja gut. Okay, also dann sehen wir mal. Die Arbeiten noch. Sehen wir mal nach den Hühnern. Sag mal, Hühner, wieso legt der denn nicht mal ein großes Ei? Ich wollte doch gerne mal ein großes Ei haben. Ja, Conan mag uns schon ein bisschen. Luna auch. Und, äh, Erpi, der mag uns ja noch mehr. So. Oh, die haben aber ordentlich jetzt hier zugelangt bei dem, ach so, bei dem Heu. Ah ne, ich brauchte ja nur drei. Da wird immer so viel rausgegeben, wie hier gebraucht wird, hab ich das Gefühl. Naja, gut. Ich kenn mich damit nicht aus. Also, ich weiß nicht, die Hühner, ich glaub, die wollen nicht raus, oder? Dann lassen wir sie mal einfach drin. Es ist ja kalt draußen. Die Fledermäuse haben nichts gefangen. Äh, gesammelt. Dann lesen wir den Brief. Erstmal das hier wegschmaßen, ja, so. Ach ja, zu Gunther noch, genau. Ah, und, 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 Moment, diese Keule wollte ich wegpacken. Da rein. Genau. Moment mal, Frozen Tear. Die brauchen wir doch auch noch, oder? Moment, ich muss mal nachgucken. Da, irgendwas war da. Äh, und zwar... Da, nicht da, doch, oder? Field Research. Frozen... Ah, Diode. Hm, okay. Jetzt hab ich wieder vergessen, was ich wollte. Na, egal. Gucken wir mal nach dem Brief. Äh, ich habe eine kleine Herausforderung, die ich catch mich... Fang mir einen, äh, ähm, Tintenfisch. Ach, die Willi, okay. Äh, you can fish... Du kannst die... im Oze... Äh, nächtens im Ozean angeln. Äh, die kommen nur im Winter vorbei. Willi, okay. Ja, machen wir einfach mal. So, wie, wie viel Zeit haben wir da jetzt? Hm, nö. Unbegrenzt. Sehr gut. Dann, ähm, gehen wir mal am Museum vorbei. Da sind aber Würmer. Die hole ich mir erst noch. Ich freue mich schon auf die Gießkanne. Eine Winterbritze. Sehr gut. Was hat die an Energie? Äh, man, da muss ich ja so machen. Ach ja, doch. Ist ja schon einiges. Das kann man schon gelten lassen. Also nochmal. Morgen hat jemand Geburtstag. Hm, wer war das denn nochmal? Need Crystal Fruit for Experiment. Ah, tut mir leid, aber die habe ich leider nicht. Nein. Lesen. So. Ach, der Linus hat morgen Geburtstag. Genau. Ähm, was könnten wir dem Linus denn schenken? Ich weiß es nicht. Ja, dann schenken wir ihm irgendeine Blume oder sowas. Ja, wir finden schon was. Wir haben ja da eine Menge da. So, jetzt gehen wir aber erstmal ins Museum. Und ich freue mich schon auf die Krabbentötte oder wie die Dinger heißen. Die Krabben, ähm, Krabbendinger. Körbe. So, Gunther, schau mal. Wir haben dir was mitgebracht. Und zwar, ähm, dies hier. Das will ich da hinpacken. So, und was ist das jetzt? Ich laufe mal hin und seh mir das an. Da ist so ein Feuerkristall. Den brauchen wir auch noch. So, Skeletal Hand. Äh, es ist ein Wunder, dass all diese kleinen, antiken Sachen so lange überdauert haben. Ja, schön, aber, okay, mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht. Naja, das macht nix. Also, wir suchen mal... Genau, wir gehen jetzt mal zum Strand. Sehen nach den Krabbenkörben. Und, hallo, Penny. Ja. Ja, ähm, ich freue mich drauf zu sehen, wie dein Bauernhof im Frühjahr aussehen wird. Ja, das... Da bin ich auch gespannt. Aber jetzt müssen wir erstmal durch den Winter. Wir haben heute erst den zweiten Wintertag. Das ist der kleine Winzer. Ich dachte mir schon, was kommt da jetzt an. Ein Eichhörnchen, das so langsam unterwegs ist. Nee, eher nicht. So, hier haben wir leider nichts. Außer Schnee. Und, aber hier... Ah, da haben wir einiges. Ja, okay, aber... Das ist jetzt nicht so... Was? Moment, ey, ich will... Äh, ich will die... Ich will die nicht einsammeln. Ich will die da hinsetzen. Also, oder hingesetzt lassen. So, Köder rein. So, okay. Nee, ich will hier rau auf die Brücke. So. Und da vorne haben wir sogar was. Ja, es ist im Winter wahrscheinlich nicht so viel. Ach, jetzt kommt wieder ein Zug. Dann fliegt mir das Spiel wieder raus. Ach, nö. Ich gehe da jetzt einfach mal nicht hin. Ich habe übrigens noch keine Lösung gefunden. Also, ich habe auch... Um ehrlich zu sein, gar nicht nachgeschaut. Ja, das wollte ich noch machen, aber ich habe es wieder vergessen. Ähm, nachts im Ozean angeln. Also, das bringt jetzt nichts, wenn wir nach diesem Tintenfisch angeln. Aber, wir können ja dennoch mal angeln. So, und zwar... Es schneit. Was könnten wir jetzt noch machen? Ich will ansonsten wieder in die Mine. Aber heute, ähm, nee. Morgen dann wieder. Was? Das ging hier gar nicht. Nochmal. So, ordentlich auswerfen. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Oder war das einfach nur so... Fehlalarm? Ich glaube, das war Fehlalarm. Hm. Er hat doch wieder die falsche Taste. Äh, naja. Nochmal. Ja, ich muss die linke drücken. Drücken. Okay. Da ist auch so ein Ding über linke, rechte. Naja. So, was haben wir hier? Ah, eine Sardine. Langweilige Sardine. Ich will keine langweilige Sardine angeln. Na gut, dann gehen wir mal zurück und, äh, angeln mal ein bisschen im... Moin, da lang. Im Fluss. Oder im See. Oder wo auch immer. Sonst wüsste ich jetzt erstmal nichts, was wir machen könnten. Ähm, ja. Nö, da ist gerade auch nichts drin. Ne, keiner schmeißt was weg. Ähm, okay. Gehen wir mal Zeug. Wir könnten noch ein paar Bäume fällen, ja. Das ist... Aber im Winter darf da... Ja, mal sehen. Wir probieren es einfach aus. Und dann sieht man, was runterfällt. Oder wir gehen einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Und streuen schon mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ja nochmal wieder irgendwas Interessantes. Zum Aufheben, zum Sammeln, zum Mitnehmen. Hier, ah, Moment. Ich kann aber hier gleich schon mal was... reinschmeißen. Nämlich... Dies, das, das... Drift tut... Öff, joa. So, alles rein. Und dann... Ach, das ist Lupo, ja. Ach ja, ich wollte Bäume fällen. Aber ich gucke mal eben nach diesen hier. Okay, da ist nix... Ah, Moment, ne. Ne, 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 ne. Lass uns jetzt mal hier nach da unten gehen. Ach, das ganze Gestreuch ist ja weg jetzt hier im Winter. Ja, jetzt kapiere ich das. Mhm, okay. Schauen wir mal ein bisschen da lang. Was gibt's denn hier so alles? Also, ich würde jetzt erwarten, dass da so ein bisschen so... Sachen rumliegen, so... Oder rumstehen, diese... Krokusse oder wie die Dinger alle heißen, ne? Hm, da ist aber nix. Ach, da ist sogar der Fluss ein bisschen zugefroren. Ich will noch mal angeln. Man kann da im Fluss bestimmt auch irgendwas angeln im Winter. So. Also, angebissen hat schon was. Na, 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 na. Okay. Purge. Brauchen wir den Barsch? Purge ist Barsch. Weiß ich nicht. Ja, dann probieren wir es noch mal. Wir haben Zeit. Es ist der Nachmittag. Und morgen gehen wir in die Mine. Und arbeiten uns da Stück für Stück vor. Wieder fünf weitere Level. Wahrscheinlich ist es wieder ein Barsch. Und raus damit. Ja, es ist wieder ein Barsch. Okay. Ach, guck mal. Was haben wir denn hier? Das kenne ich doch auch noch. Nee, da kann man nicht drüber. Aber kann ich da angeln? Aha, siehst du. Das ist irgendwie ganz zugefroren. Oder ist das... Ach nee, das ist eine Steinmauer. Okay. Mhm. Südwester. Lucky Bow. Watermelon Band. Ach, nee. Will ich alles nicht haben. Ach, Moment. Da ist er schon. Joach, gehen wir mal da lang. Wir haben ja Zeit. Oh, da. Würmer. Steine. Langweilig. Aber okay. Da ist jetzt nichts. Im Frühjahr wächst ja wieder was. Da bin ich gespannt. Also, ich frage mich jetzt schon wieder aufs Frühjahr. Oh, wir müssen auch mal zu Dings gucken. Zum Supermarkt. Ja, gut. Für heute ist es schon zu spät. Und morgen hat er ja zu... Vielleicht kann man ja irgendwelche Wintersachen anbauen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, da bin ich echt überfragt. Aber wir müssen es einfach ausprobieren. Noch ein Buch. Ja. Ja, ist gut. Ein Buch, ein Buch, ein Buch. So, wieder zurück. Ja. Ähm, ach so. Das geht ja morgen nicht. Aber morgen wollte ich sowieso in die Mine. Also, machen wir das am Donnerstag. Oh, da steht ja was. Und Moment. Wann hat der Linus jetzt Geburtstag? War das heute? Ne, das ist doch morgen erst. Das ist doch morgen erst. Ich muss mal zurück und auf den Kalender gucken. Und Bäume wollte ich auch noch... Oh, guck mal, da ist ja noch was. Mitnehmen. Crystal Fruit. Was brauchen wir denn jetzt noch für die... Für dieses Bündel hier? Äh, das da. Snow Yum. Okay. Snow Yum. Hm, wo könnte das sein? Also, bislang habe ich da noch nichts entdeckt. Hm, nee. Da ist auch nichts. Da wächst nur was Neues nach. Und diese Pflanze ist jetzt auch weg. Okay, jetzt ist sie endgültig weg. Gut. Dann haben wir da was für die Kiste. Das, das, dies und jenes. Oh, die ist aber... Achso, ja gut, kann man jetzt nicht mehr sehen. Ähm, die hat viel Energie. Ja, ich glaube, wir müssen die mal so ein bisschen behalten, weil ich ja nicht mehr so viel von dieser Nahrung habe. Und ich brauche ja was. Ich hole die mal wieder raus. Ah, nee, lasse ich jetzt drin. Aber wir müssen dann eben uns von Fischen ernähren oder sowas. Moment, war ich da auch drin? Ja. Die Mayonnaise hole ich morgen raus. Hier haben wir leider nichts drin. Okay. Und jetzt will ich noch einen Baum schlagen. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt so alles anfällt. Die hier mal gleich... Gleich mal. Na. Nein, falsche Taste. So. Jetzt aber. Ob da auch so, ähm, Zapfen und sowas anfallen? Wahrscheinlich ja nicht, denn... Oh, doch. Ja, doch. Ja, doch. Da sind welche. Ja, okay. Na. Was tut denn da so? Was klopft denn da so? Ähm, jetzt hat sie aufgehört. Da sind so viele kleine Bäume da. Hm, ja, okay. Nehmen wir den Baum hier noch mit. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt schon wieder was bauen kann. Also, äh, von diesen, von diesen Riegeln. Boah, diese kleinen Bäume, die versperren einem auch den Weg. Mann, nein, das ist... Äh, das gefällt mir nicht. Aber ich will ja auch wieder kleine Bäume, äh, also, ja. Kleine Bäume, damit ich wieder große Bäume habe. Ich muss ja mehr Holz machen. Oh, moind. Da rein. Äh, ja. Da fehlt also noch was. Das, das. Stein. Okay. Das dauert noch. Ach, Moment. Nachts im Ozean angeln. Natürlich. Das können wir ja noch machen. Tja, dann machen wir jetzt den weiten Weg nochmal zum Ozean. Und halten die Angeln mal ins Wasser. Ja, das, das will ich jetzt natürlich schon machen, ne? Also diesen, diesen, ähm, Tintenfisch. Den will ich schon kriegen. Und wenn wir Zeit haben, dann angeln wir. Aber nichtsdestotrotz geht's morgen in die Mine. Wenn nichts Wichtiges dazwischen kommt. Aber ich meine, was soll schon dazwischen kommen? So, versuchen wir's mal hier im Licht. Ich weiß nicht, ob die vom Licht angelockt werden. Also ich glaube, die meisten Fische schon. Aber bei denen weiß ich nicht. Wir werden sehen, wenn das überhaupt eine Auswirkung hat hier. So, einer hat angebissen. Mhm. Das ist wieder so eine, so eine doofe Sardine oder sowas. Ein Hering, okay. Ja, ist nicht viel besser. Aber vielleicht ist es ja noch nicht nacht genug. Nein, wir werden schon ein paar Mal angeln müssen. Aber es reicht ja nicht, dass einer anbeißt. Wir müssen das, den Fisch auch rausbringen. Okay, der hat irgendwie keine Lust. Ja, oder nicht? Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Vielleicht ist das ja gleich einer. Oh, es ist ein Heilboot. Aha. Brauchen wir den auch? Dann muss ich gleich mal nachschauen. Oh, guck mal, das eine haben wir schon fertig. Ozean? Nein. Oder vielleicht bei den Nachtfischen? Nee, auch nicht. Na ja, okay. Gut, dann nicht. Dann angeln wir gleich nochmal. Oh, äh, Boshy 0. Moin, 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 Entschuldigung. Hab dich gar nicht gesehen. Ja, ich gucke leider nicht so oft in den Chat, weil da sich gerade nicht so viel abspielt. Ich hoffe, du bist auch da. Äh, jetzt hab ich den Fisch wieder verloren. Und ich muss gerade angeln. Nee, was machst du denn? Jetzt ist er wieder ganz unten. Dem ist die Kraft ausgegangen. Okay, ist das jetzt wieder so einer? Oh nein, es ist so kein Squid. Ein, ein, äh, Dingsbums. Squid. Ähm, Tintenfisch. Äh, das müssen wir doch haben, oder? Catcher Squid. Joach, dann gehen wir doch mal hin zu Willi. Ah nee, aber der ist jetzt wahrscheinlich schon wieder null. Ne, äh, Boshy 0. Genau, Boshy 0, sagtest du doch. Boshy 0. Okay, gut. Willi, ich habe was für dich. Bis 5 Uhr. Von 9 bis 5 Uhr. Ja, okay. Dann, äh, eben nicht. Dann schmeißen wir da nochmal unsere Angel. Äh, unsere Angel nicht, aber wir werfen sie aus. Mal sehen, ob wir da was, noch was kriegen. Ja, bestimmt irgendwas. Die Frage ist nur was. Und ob wir das rauskriegen. So. Oh, eine Schatzkiste. Ja, haha, die haben wir. Jetzt müssen wir nur noch den Fisch kriegen. Aber den kriegen wir auch, ja. Albacore, das sagt mir gar nichts. Okay. Ach ja, die Schatzkiste. Ja, dann. Brauchen wir den irgendwie? Müsste dann, nee, alles weiter. Entweder bei Night Fishing. Ähm, nein. Albacore, habe ich noch nicht gelesen. Ähm, Ocean Fish. Nein. Was haben wir denn da noch? Dies hier? Ah, aber hier vielleicht. Okay, so Sandfish. Work Skip. Nee, wie? Work Wood Skip. Okay. Riverfish Bundle. Da, wir müssen öfter im Fisch angeln. Äh, im Fluss angeln. So, aber jetzt müssen wir erstmal ins Bett gehen. Okay, dann können wir auch... Moment, Willi, da bist du ja. Kann ich dir vielleicht gleich mal den Fisch geben hier? Eat the Squid. Nein. Okay, dann eben nicht. Nee, ich will jetzt zurück ins Bett gehen. Ach. Ja, was machen wir dann? Ja, doch, wir gucken da morgen nochmal vorbei und gehen dann in die... Ähm, in die Mine. Wir haben ja unsere Krabbenpötte auch noch. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen Köder machen. Aber nicht mehr heute. Ah, oder? Ah, nee, wir haben in der Angel noch so viel. Da kann man da was abzweigen. Mir macht das Essen aber Sorge. Ich glaube... Ich behalte die Sache mal und esse sie auf. Morgen in der Mine. Das hier nicht, den geben wir ab. Jade. Okay, die kann weg. Und zwar da hinten hin. Ja, es ist ja schon ein Uhr. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Geh ja gleich ins Bett. Ach, morgen hat ja auch Linus Geburtstag. Oh, dann wird's ja wieder nix mit der Mine. So, ab ins Bett. Krabbe-Pörsch. Mhm. Okay. Hm, ja. Okay. Ja. Vielen Dank.